Hey Leute, was geht's? Jetzt landet die HD wieder im Start mit Hopeless Knight Part 2. So, da wollen wir gleich mal das Spiel weiter rein starten. So, unter dieser Tür wird uns dies erwarten. Ich weiß, du bist einfach dran vorbeigelaufen, weil ich es kann. Ich kenne ja schon den größten Teil hier auswendig. Äh, Pornos, geil. Hahaha, ganz gekonnt ausgewichen. Halte, ich bin so gut. Oh, das sind immer mehr. Okay, okay, I must find Harry. Oh, die Musik. Yo, yo, yo. Zugeschlossen. Hm, ich glaube, jeder. Oh, genau. Die ganze Sterne, wenn ich schon mal einen Durchblick habe. Storage-Key. Storage-Key. Ich weiß, wie es aussieht, nur das drinnen. Die Laufkauer hat, wenn die Batterie am flackern. Noch einmal genau. Kopfloser Kopf. Oh. Scheiße, wenn die scheiße Batterie anfängt zu, ah, die sch... ... tsch... ... tsch... ... tsch... ... tsch... ... tsch... ... tsch... ... wenn die scheiße Tastlamme anfängt zu flackern. Ja, doch erst mal einen anderen Weg da hoch. Boiler Room Key! Wo ist der? Stimmt unten. Puh, da unten sieht es aber nicht gerade schön aus. So, ich habe mir schon ein bisschen wegfreigeräumt. Das sind doch irgendwo Zombies. Alter. Also hier komme ich nicht lang. Boiler Room. Boiler Room. Wo kann das sein? Ja, ich habe es nicht mehr. So, immer schön präzise schießen. Ähm, geht doch. Hinten war zu. Und, ne, geht nicht auf. Hm, muss wieder rüber auf die andere Seite. Ach, Mann. Hä? Einen kurzen Cut. So, da bin ich wieder. Ich hab in der Zeit mal ein bisschen gesucht. Das ist nichts Spannendes passiert, Leute. Keine Sorge. So. Mal hier gucken. Hier noch was Besonderes ist. You're at level from a boiler room. Äh, ja. Denn die Frage ist, wo ist der boiler room? Who is the boiler room? Where is the boiler room? Na, nochmal ein kurzen Cut. So, da bin ich wieder. Seht ihr das? Seht ihr das? So was übersehe ich. Also, wie gesagt, das ist wieder nichts Spannendes passiert. Es ist nur das passiert, wo ich... Dass ich jetzt nur hier rüberkommen, wenn nicht. Nichts. Ah, jetzt hab ich Licht. Shit. Alter... Fuck! So... Hier... Beende ich Part 2 Wiederschauen und reingehauen